Liebe Studierende, willkommen zur vierten Videoübung des Semesters mit dem Thema Massenspektrometer. Hauptsächlich mit dieser Übung werden wir uns mit dem Konzept der Lorenzkraft auseinandersetzen und werden wir durch die gezielte Anwendung der Lorenzkraft auch verstehen, wie überhaupt ein Massenspektrometer funktioniert. Hauptsächlich handelt es sich um eine experimentelle Anordnung für die Messung der Masse von geladenen Teilchen. Bevor wir die experimentelle Anordnung näher berücksichtigen und anschauen, möchte ich vielleicht kurz wiederholen, wie die Lorenzkraft überhaupt aussieht. Wir haben in der Vorlesung gesehen, dass wenn wir eine Ladung Q berücksichtigen und diese Ladung Q mit einer Geschwindigkeit V in einem äußeren Magnetfeld sich bewegt, und wir betrachten ein Magnetfeld via der magnetischen Flussdichte B, dann erlebt diese Ladung eine Kraft magnetischer Natur, nämlich eine Lorenzkraft, die als vektorielle Größe definiert ist als Produkt von Q als Ladung mal Vektorprodukt zwischen Geschwindigkeit V, mit welcher meine Ladung sich bewegt, und magnetischer Flussdichte. Wir sollen jetzt versuchen, anhand dieser Lorenzkraft zu verstehen, wie ein Massenspektrometer tatsächlich funktioniert. Ganz am Anfang nehmen wir an, dass wir eine Quelle zur Verfügung haben, und diese Quelle erzeugt sogenannte elektrische Ladungen. Einfachheitsalber, oder um später etwas Konkretes zu berechnen, gehen wir davon aus, dass unsere Ladungen positiv sind. Erstens, die Ladungen befinden sich in diesem Raum, wo eine Spannung V zwischen Quelle und diesem Punkt vorhanden ist. Das heißt, diese Ladungen erleben eine sogenannte Potentialdifferenz als Folge der Spannung und werden somit beschleunigt. Wir können tatsächlich sagen, dass in diesem Raum als Folge der Beschleunigung wegen der Potentialdifferenz, das heißt, zwischen beiden Punkten hier hat man tatsächlich mit einem elektrischen Feld zu tun, diese Ladungen erleben dann eine Variation ihrer potenziellen Energie. Diese Energie ist einfach gegeben durch E mal V, oder noch allgemeiner können wir sagen Q mal V, wenn Q ist die allgemeine positive Ladung der Teilsch. Aber eben, wenn diese Ladung Q diese Position erreicht hat, hat eben diese Potential, diese Differenz in der potenziellen Energie erlebt und diese potenzielle Energie wandelt sich um in kinetische Energie. Das heißt, wir können sofort eine Energiebilanz schreiben, wobei diese potenzielle Energie erlebt bei meiner Ladung Q bei dieser Spannung V, bei dieser Potentialdifferenz V, muss dann gleich sein, einhalb die Masse der Ladung Q mal die Geschwindigkeit V im Quadrat. Das wäre die Geschwindigkeit, die meine Teilchen bei diesen Punkten erreicht haben. Von diesem Punkt an, meine geladenen Teilchen mit der Geschwindigkeit V treten in einem Raum ein, wobei eine magnetische Feldstärke wirksam ist. Wie gesagt, wir gehen davon aus, einfachheitshalber, dass wir mit positiver Ladung zu tun haben und wenn wir tatsächlich in diesem Raum ein homogenes Feld betrachten mit der magnetischen Flussdichte B, und wir können die Annahme machen, dass mein Feld ist überall konstant und steht sogar senkrecht zu dieser Ebene und ist nach außen gerichtet. So, wenn wir diese Formel für die Lorenz-Kraft anschauen, beobachten wir sofort, dass diese geladenen Teilchen, die sich mit der Geschwindigkeit V bewegen, erleben auch eine Kraft, eben eine kraftmagnetische Natur, die Lorenz-Kraft. Und aus der Geometrie des Problems, da beide Vektoren immer senkrecht zueinander stehen, wird dann die Kraft radial sein. Bei jedem Punkt oder in jedem Moment haben wir mit einer radiale Kraft zu tun, sodass meine Teilchen werden sich auf dem Alpkreis hier sich bewegen und landen dann auf einem Fluoreszenz-Bildschirm, wo man die Teilchen tatsächlich detektieren kann. Das heisst, als Folge der Lorenz-Kraft, die eben, wie gesagt, wegen der Geometrie des Problems immer radial ist, zum Beispiel können wir unsere geladenen Teilchen in diesem Punkt betrachten, hat eine Geschwindigkeit V, eben in dieser Richtung, in einem äusseren Magnetfeld, das tatsächlich orthogonal steht, so die Kraft ist wegen des Vektorprodukts radial. Und deswegen ist meine Ladung sozusagen gezwungen, sich auf diesem Alpkreis zu bewegen. Und mein Alpkreis ist dann mit einem Radius R charakterisiert. Wir können dann in dieser experimentellen Anordnung messen, gegenüber dem Eingang sozusagen der Teilchen im äusseren Magnetfeld, in welchem Abstand x meine Ladung auf dem Fluoreszenz-Bildschirm tatsächlich landen und dort detektiert werden. Und selbstverständlich, x, wie wir hier sehen, ist dann gleich zweimal R-Radius der Kreisbewegung, das heisst auf diesem Alpenkreis, Hauptsäckl. So, wegen der Geometrie des Problems können wir auf die vektorielle Schreiweise sofort verzichten, so dass die Kraft magnetischer Natur erlebt bei meiner positiven Ladung in Q, ist dann in dieser Situation gleich Q mal V mal B. Aber wir können auch sagen, dass diese Kraft, die immer radial gerichtet ist, hat die gleiche physikalische Bedeutung wie eine Zentripetalkraft. Und aus der Mechanik wissen wir, dass ganz allgemein die Zentripetalkraft ist die Masse von, in diesem Fall meine geladene Teilchen, mal V, die Geschwindigkeit im Quadrat, eben mit welcher diese geladene Teilchen sich bewegen, geteilt durch R. R ist eben Radius der Kreisbewegung, also der Kreisbahn, besser gesagt, wo meine geladene Teilchen sich bewegen, tatsächlich. Jetzt können wir diese Gleichung nach R lösen und finden wir dann das Radius der Kreisbewegung ist gleich Masse von meiner geladene Teilchen mal Geschwindigkeit V, geteilt durch die Ladung selber, mal meine magnetische Flussdichte B. Wir haben auch schon vorher gesagt, dass X, das heisst diese messbare Größe in meinem Experiment, ist gleich zweimal mal R. Das heisst, in unserer vorherigen Diskussion ist dann zweimal die Masse von meinen geladenen Teilchen mal Geschwindigkeit V geteilt durch die Ladung selber mal die magnetische Flussdichte. und jetzt können wir versuchen, die Energiebilanz auszunutzen, um eben in diese Formel die Geschwindigkeit hineinzubringen. Tatsächlich, wir können jetzt einfach als Albert diese Gleichung quadrieren, das heisst, was wir bekommen schlussendlich ist jetzt hier durch die Quadrierung X im Quadrat ist dann gleich viermal die Masse von meinen Ladungen im Quadrat mal die Geschwindigkeit im Quadrat, geteilt durch die Ladung im Quadrat mal die magnetische Flussdichte im Quadrat. Und jetzt kann ich aus dieser Gleichung, aus meiner Energiebilanz, kann ich V im Quadrat berechnen, das ist zweimal die Spannung als Potentialdifferenz, eben wo die Ladungen erstens beschleunigt werden, mal die Ladung Q geteilt dann durch die Masse von meinen geladenen Teilchen. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, die Masse von meinen geladenen Teilchen ist tatsächlich die unbekannte des Problems, ist die physikalische Größe, die man mit dem Massenspettrometer bestimmen möchte. Wir können jetzt diese Formel für die Geschwindigkeit im Quadrat in diese Gleichung einsetzen und was wir bekommen am Ende ist dann folgende Gleichung. x im Quadrat ist dann gleich achtmal die Masse von meinen geladenen Teilchen mal diese Spannung V geteilt durch Q mal B im Quadrat. Und daraus können wir jetzt diese Formel gegenüber die gesuchte Masse der geladenen Teilchen lösen und das ist dann gleich Q mal B im Quadrat gedeiht durch achtmal V mal x im Quadrat. Und wir sehen tatsächlich, dass wir haben jetzt hier eine Formel erreicht, wo die gesuchte Masse, die sogenannte messbare Größe, ist tatsächlich eine Funktion von Parameter, die wir als bekannte Parameter des Problems bezeichnen können. Nämlich die Spannung, die man hier anlegen kann, um die Teilchen erstens zu beschleunigen, die äußere magnetische Flussdichte, die Ladung von meinen Teilchen und dann x ist hier die messbare Größe, weil wir können tatsächlich im Experiment messen, wo diese geladenen Teilchen auf dem Fluoreszenzbildschirm landen. Und somit haben wir die Frage A sozusagen dieses Problem beantwortet. In der Frage B, man schaut das Ganze von einer anderen Perspektive, Das heißt, hier wir betrachten die Situation, wo man verschiedene Ionen von Uranatomen berücksichtigt. Und zwar man hat mit zwei Typen von Uranisotopen, das sind Ionen von Uran, die die gleiche Ladung haben. In diesem Fall, diese zwei Isotopen tragen eine positive Ladung, die gleich ist zweimal die Elementarladung, aber beide Isotope unterscheiden sich mit der Masse, so sie sind mit einer verschiedenen eigenen Masse charakterisiert. So dann, wenn diese zwei Sorte von Uranatomen, von Uranionen, muss ich sagen, sogenannte Isotopen, in diesem Raum mit einer Geschwindigkeit v sich bewegen, werden als Folge ihre verschiedene Masse an einem anderen Ort auf diesem Fluoreszenzbildschirm landen. Zum Beispiel ein Isotop wird hier landen und ein anderer Isotop wird eventuell, jetzt ein bisschen übertrieben, hier landen. Und wir können dann für die jeweilige Isotope diese Position x messen und man fragt sich, wie groß muss meine magnetische Flussdichte B sein, also mein äusseres Magnetfeld sein, damit die Position auf dem Fluoreszenzbildschirm, wo beide Isotope detektiert werden, sich um 5 mm unterscheiden. Eigentlich können wir jetzt hier diese vorherige, also die Formel im vorherigen Beispiel A benutzen. Das heisst, was wir schreiben können, ist folgendes, wir bezeichnen mit x238 die Position für Isotop Uran-238 und mit x235 die Position auf dem Fluoreszenzbildschirm für Uran-Isotope 235. Jetzt, wir möchten, dass der Unterschied zwischen beiden Positionen mindestens 5 mm ist. Das ist eben die Anforderung am Experiment. Und wenn wir jetzt diese Differenz bilden, als Folge von dieser Darstellung hier, die wir vorher erreicht haben, also wir können diese Formel tatsächlich benutzen, das ist dann gleich 1 über B mal 8 mal die Masse, jetzt schreibe ich jetzt hier für 238 Uran-Atom oder Isotop und Uran-Atom, mal V, geteilt durch die Ladung, das wäre dann 2E in unserem Fall, und davon muss ich jetzt Wurzel berechnen. Und dann muss ich minus die Position x für Uran-Isotop 235, das heisst, es ist genau die gleiche Formel, 8 mal die Masse für Uran-Isotop 235, mal die Spannung, mit welcher, oder Potentialdifferenz, mit welcher beide Isotope erstens beschleunigt werden, geteilt durch die Ladung Q, das ist eben 2 mal E in unserem Fall, davon muss ich noch Wurzel berechnen. Und B in Quadrat habe ich schon eigentlich aus der Wurzel genommen und hier im Vordergrund platziert. So, jetzt wir sehen, dass die, hier wir gehen davon aus, dass die Masse von beiden Uran-Isotope bekannt sind, das kann man von den Büchern eruieren, mit der Formel und Tafeln, die Spannung V ist ein Parameter des Problems, auch bekannt, und wir wissen, dass beide Isotopen sind absätzlich ionend mit zwei positive Elementarladungen. Und wir wissen, dass diese Differenz hier, dass der Unterschied in der Position auf dem Bildschirm muss mindestens 5 mm sein, so wir können jetzt aus dieser Gleichung relativ zu B lösen und wir berechnen somit, wie stark muss meine magnetische Flussdichte sein, damit eben für beide Uran-Isotopen eine Auflösung sozusagen in der Bestimmung der Position auf diesem Fluoreszenz-Bildschirm mindestens 5 mm groß ist. Die numerische Auswertung überlasse ich Ihnen mit den Werten des Problems. Ich glaube, das war eine interessante Übung, wobei wir hauptsächlich die Lorenz-Kraft thematisiert haben, eine kraftmagnetische Natur, die eben Ladungen, die sich mit einer Geschwindigkeit V in einem äußeren Magnetfeld bewegen, tatsächlich erleben. Und wir konnten eigentlich in diese experimentelle Anordnung unsere Lorenz-Kraft eigentlich mit der physikalischen Bedeutung einer Zentripetalkraft vergleichen. Das hat uns eine erste Gleichung ermöglicht und dann konnten wir diese Gleichung eigentlich mit einer Energiebilanz kombinieren. Und schlussendlich haben wir eine Formel gefunden, sodass aus einer messbaren Größe, nämlich diesem Abstand x, lässt sich dann schlussendlich mit dem Parameter des Problems die Masse der geladenen Teilchen, sagen wir so, der Ionen, bestimmen. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.